Du und ich, wir kriegen das hin! Soldaten der Ordnung! Spionen, Verräter und Terroristen halten sich im Schloss von Pakudana auf. Und Mitglieder des Widerstands unterstützen wohl ihre Flucht. Aber sie werden nicht entkommen. Wir kriegen unsere rechtmäßigen Gefangenen, indem wir dieses Gebiet übernehmen. Meter für Meter. Beginnend bei der äußeren Gedenkstätte. Los! Not the top! Gehen Sie uns gemeinsam durch! Gehen Sie uns gemeinsam durch! Gehen Sie uns gemeinsam durch! Gehen wir! Der Sieg ist noch ein Schicksal! Ramazen! Sturmangriff, wir in den Arm. Gesenksstätte in Sicht, sichern Sie jetzt. Wir bleiben zusammen. Du und ich, wir kriegen das hin. Wir bleiben zusammen. Ich ziehe die Köpfe ein! Ich gehe voraus! Sichern jetzt das Gelände der Gedenkstätte. Leiterposition. Alle Trupps, leistet Unterstützung. Die Gedenkstätte ist gefallen. Erledigt übrigens Trupps des Widerstands. Dann rücken wir zum Denksektor vor. Wir müssen die Geschütze vor uns zerstören, um das Schloss zu erreichen. Geht bei eurem Angriff kühn vor. Vorsicht bringt uns jetzt nichts mehr. Wir sind die Elite! Bombe am westlichen Geschütz wird aufgeladen. Du und ich, Mann! Du und ich! Haltet dich wieder von der Westseite fahren! Ich bin bei dir, Kumpel! Das Oberkommando hat einen unserer Besten zur Unterstützung geschickt. Das Oberkommando hat einen unserer Besten zur Unterstützung geschickt. Verlassen! Verlassen! Seht vor gesichert! Eliminiert jeden, der euch begegnet! Wir lassen uns auf dem Weg zum Schloss. Nichts brennen! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Sie sammeln ihre Verbündeten zur Evakuierung. Aber wenn das Schloss uns gehört, helfen ihnen auch Verzögerungen nichts mehr. Stürmt die Gänge und erobert diesen Ort für die Ordnung! Stürmt die Gänge und erobert diesen Ort für die Ordnung! Das Oberkommando ist so schön! Das Oberkommando hat einen Schleuchter mehr gesagt. Ich schwöre deine Angst! Wir haben das Schloss. Wir haben die Kontrolle. Land, lebe die Ordnung.